Heute erkunden wir Freiburg. Wir starten am Parkplatz unterhalb des Schlossberges, führt uns der Weg vorbei am Schützenhaus zum Marktplatz und dem Rathaus. In der Touristinfo bekommen wir einen Stempel für unser Wanderheft. Nun gehen wir zum Berg, biegen in den Weg Schlifterweinberg entlang der Weinreben hinauf. Mit Blick nach hinten sehen wir die St. Marienkirsche. Steil und beschwerlich der Weg haben wir oben angekommen, einen fantastischen Blick über die Berge und den Ort im Tal. Entlang des Weges Richtung Schloss Neuenburg blicken wir auf den Bergfried der dicke Wilhelm. Im Inneren der Wehranlage eröffnet sich die Sicht auf das Schloss. Wir besteigen den Bergfried, einer von ursprünglich drei Rundtürmen. Befinden sich hier Ausstellungsstücke in Ergänzung zu der Sammlung im Schloss. Wurde nach dem Zweiten Weltkrieg viel geplündert. So stammen die Objekte oft aus Schenkungen. Errichtet ab 1150 blicken wir aus einer Höhe von 23 Metern hinab ins Tal. Gespenst sich der Blick auf die Altstadt von Freiburg unter den tiefhängenden schwarzen Wolken. Auch zeigt sich das Schloss Neuenburg in seiner vollen Größe. Errichtet ab 1090 von Ludwig den Springer als Schwesterburg der Wartburg ist sie mit einer umbauten Fläche von 30.000 Quadratmetern dreimal so groß. Wieder hinab gehen wir ein Stück an der Burgmauer, erreichen das Schloss, klicken über die Wehrmauer ins Tal und entdecken im Hof den Brunnen. 1704 fertiggestellt hat er eine beeindruckende Tiefe von 102,4 Metern. Wir kaufen Tickets und beginnen den Rundgang in der ersten Ebene der Doppelkapelle, bestehend aus zwei übereinanderliegenden Sakralräumen verbunden durch eine Deckenöffnung. Die Ausstellung im Schloss erklärt die Geschichte des Abelsgeschlechtes und die der Entstehung und dem Bau des Schlosses. Stehen hier weniger einzelne Ausstellungsstücke, als die Beschreibung der baulichen Veränderung jeden Bereich ist im Vordergrund. Etwas weiter Informationen zum Wandel der Burg zu einem Schloss. Durchschritten die Räume schon Kaiser Friedrich Barbarossa und Elisabeth von Thüringen. Wir erreichen den oberen Teil der Doppelkapelle mit beeindruckenden mittelalterlichen Ornamenten. Folgen darauf Räumlichkeiten im historischen Gewand und Mobiliar, so der Fürstensaal und der Grüne Salon. Nach zwei Stunden verlassen wir die Ausstellung. Befindet sich auf dem Gelände noch ein Feinmuseum und eine Brennerei. Auf der Hangseite des Schlosses gehen wir hinab, mittlerweile begleitet von etwas Sonne. Weiter Blick ins Tal geht es den schmalen Pfad entlang inmitten der Natur. Wunderschön! Wieder unten sehen wir den Berg hinauf. Begrünt vom Schloss geht unser Blick nun über den malerisch anmutenden Weingarten am Hang mit dem Weinbergshäuschen von 1774. Haben manche Weinstücke ein beachtliches Alter von über 90 Jahren. Den Weg entlang Richtung Altstadt, passieren wir die Mühle, an der uns tot gelegen, stand an dieser Stelle die erste Mühle schon Ende des 11. Jahrhunderts. Dient sie heute der Gewinnung von Wasserkraft. Sogar an eine Fischtreppe wurde gedacht. Wir gelangen an die Stadtmauer und die Napoleon-Pforte, die Napoleon 1813 durchschritt. Existiert sie leider nicht mehr. Schon erstaunlich die noch stehende Stadtmauer. Setzt gerade Regen ein. Wir erreichen die Stadtkirche St. Marien, errichtet um 1210 bis 1230 und über die Zeit verändert. Auffallend aufwendig das Netzgewölbe der Decke und der Altar. Sind die Kreuzungspunkte des Deckennetzes zum Beispiel gestaltet mit dem Appelt Jesus Christus oder einer Kreuzigungsgruppe. Wieder hinaus erstrahlt die Sonne mit Blick auf den Weinberg, zu dessen Füßen die Kirche in voller Größe vor uns. Etwas weiter das Kirchtor markieren Pfeiler den einstigen Standort. Ein kleiner Durchgang ist erhalten. Die Stadtmauer war 1.200 Meter lang. Passieren wir nun den noch erhaltenen Teil des Eckstädter Tores. Zum Abschluss sehen wir noch die Friedrich-Ludwig-Jahn-Ehrenhalle als Erinnerung an den Begründer des Turnens. Wir beenden unseren Rundgang nach fast 6 Stunden, gibt es in Freiburg einiges zu erkunden an Geschichte und Natur. Einbringend das Wechselspiel des Weges zwischen Berg und Tal mit Schloss, Malerisch und Weinberg und der Altstadt.